moin moin liebe leute und ein herzliches willkommen zurück zu igarus eine weitere folge und ich wollte eigentlich noch mal in die höhle gehen und da noch mal sämtliche sachen ja farmen deswegen geht's leute so erstmal kurz fleisch konsumieren das schöne ich habe jetzt eine stahlspitzhacke und ein stahlmesser oder also dann gehen wir mal ein bisschen die gegend hier unsicher machen leder brauche ich ja auch um das steinhäusle weiterzubauen und da ist ein wolf kommt sie gerufen super okay so mal hier ein bisschen da ein bisschen da rein es muss ja mein bogen ausrüsten hallo willst du auch noch mal meine gefilde rein ja meine trump galerie ja dann bin ich auch schon 48 gleich na wow wahnsinn die zeit rennt das level rennt da was heißt das level rennt also über 100 folgen hallo muss das nächste guten tag da ist noch einer hallo noch einer aus dem schlaf was ist denn hier heute los okay gehen wir mal fangen wir mal hier hinten an was haben wir hier da wollte noch einen guten tag sagen da noch mal eisen mehr eisen brauche ich doch sowieso manchmal sind die dinger echt ein bisschen blöd ne ok super ich habe ihn gekriegt ich habe ihn gekriegt auch guck mal hier hätte ich auch hochgehen können naja warum auch leicht warum einfach hat es auch schwer geht klasse gehen wir hier mal runter und da noch das kupfer hier ist so nichts mehr das ist die eine ecke ganz normal kohle ja dann machen wir jetzt mal die höhle hier komplett leer nehmen wir mal alles mit was es zur verfügung hier hat ich sehe hat sie hier auch noch mal echt eisen drin und da noch mal kohle 10.000 eisen ab echt jetzt schon voll ehrlich doch hier noch gar nicht alles abgebaut guck mal da ist doch noch eisen auf den mal da rein dann haben wir doch hier noch ich glaube ich muss noch mal hierher da ist noch Titan muss noch mal hierher hier ist doch noch mehr als ich dann bringe ich das jetzt schnell nach Hause und dann kommen wir hier noch mal her ja mit dem Gewicht schnell ist gut ne schnell ist gut ne okay Und mal gucken, was wir denn heute in der Folge schaffen. Ich muss mich auf jeden Fall ein kleines bisschen vorbereiten. Also ich hätte schon gerne meine Schrotflinte, mein Gewehr, Repetiergewehr auf jeden Fall und Schrotflinte, wenn er zu nahe kommt. Aber ein bisschen an Gebäude werde ich ja auch noch. Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ich meine, mehr als gucken kann ich ja nicht. Und mich einfach Stück für Stück jetzt hocharbeiten. Aber ich denke mal, dass ich ganz gut an die Dinge bin. Und ich glaube, dass ich die zweite Etage hier doch nicht bauen werde. So, Platin, Kupfer, aktivieren. Oh, da ist kein Holz mehr drin. Hallo. Da ist gar kein Holz mehr drin. So, die Kohle, die packe ich hier hin, weil ich nämlich hier demnächst Schießpulver machen möchte. Da brauche ich eine Holzkohle. Komm, ich habe doch hier... Keine Holzkohle. Was ist denn die Holzkohle? So, zieht da keine Holzkohle? So, 100. Und dann können wir nochmal 29. Jawohl. Okay, die Knochen da rein. Dann... Warte, hier geht schon das Fleisch rein. Nehmen wir mal Leder da rein. Können wir auch die Decke bald austauschen. Naja, komm, machen wir das mal so. Da fehlt halt Stein jetzt drin. Aber jetzt gehe ich noch schnell in die Höhle nochmal. Nochmal fix in die Höhle zurück. Damit ich die wirklich leer gemacht habe. Oh, kommst du nicht hoch? Macht nichts. Ich bin da. Ich bin da, um dich zu retten. Du wirst dich nie wieder drum kümmern müssen. Die Klippe, da hochkommst du dann nicht. Denn ich habe dich gerettet. Da, 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 da. Hier soll mal ganz viel Schwefel, ne? Wenn ich mal ganz viel Schwefel bräuchte. und das sind wir auch schon die müssten ja sowieso nicht mehr nachgespawnt haben jetzt bin ich zu schnell hier drin zurück ja also immer schon sagen manchmal ruckelt das hier in dem spiel aber macht trotzdem unmengen spaß egal ob geruckelt oder nicht gold noch mal eisen noch mehr eisen ja also diese hülle war wirklich reichhaltig an eisen noch mehr eisen nur titan die kupfer 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 mal kohle mitnehmen was ist sie doch aber eigentlich denke ich mal ja das schaffen ein bisschen aluminium vor mein erstes aluminium oder so tatsächlich mal abbauen werde jawohl so jetzt bin ich zwar wieder überladen aber guck mal es ist nicht mehr viel dann laufe ich halt wieder überladen nach hause ich will nicht schon wieder hier noch mal rein gut da könnte ich noch so ein tiefbohrer machen theoretisch doch den welchen wir brauchen noch mal das kupfer so jetzt bin ich glaube ich durch mit der höhe das müsste ich alles haben rein theopraktisch müsste ich alles haben ok gucken wir mal wie weit die das reicht hier bei 48 habe ich auch schon ein viertel geschafft guten tag lieber wolf ich habe keine ausdauer ok ja ohne ausdauer kann er nicht schlagen aber ganz ehrlich wenn ich ein wolf vor mir hätte ich würde noch mal die letzte ausdauer zusammen trommeln die ich hätte also noch mal die letzte reserve energie da ist noch ein wölfchen und dem mal wieder so wenn ich bedenke am anfang am anfang vom spiel oh mein gott ein wolf ja und jetzt ein wolf sind schon unterschiede nach mächtige unterschiede das leder brauche ich sowieso 187,3 kilo ich muss später noch gucken was ich da an talentpunkte erteile elf entwurfspunkte habe ich jetzt noch blöde ist ja wenn wirklich mit level 50 schluss ist ich werde mich überraschen lassen sind noch zwei level bis 50 und das ist eigentlich gar nix mehr doch der macht der macht auch cool habe ich das irgendwo irgendwo anders hin gepackt so da ist noch mal kohle ach ja da brauche ich noch mal schwefel für ne ähm knochen warte mal auf das trockengestell da mache ich das drauf habe ich eigentlich warte mal die rüstung habe ich an genau die rüstung habe ich an 40 leder so dass das wenn wir das mal ja ok das heißt vier stück noch da brauche ich noch mal kurz ein bisschen stein aber da können wir noch mal kurz ein bisschen stein kloppen ja während jetzt das ganze zeug da verarbeitet wird ne das war gut 766 stein ich liebe es ich liebe es immer noch wenn du klopst und deine ganze brocken weg ist das ist einfach fantastisch so also noch mal vier decken dann brauche ich aber noch mal drei ende irgendwas reicht da nicht ich glaube die nägel naja so wir brauchen 40 stahl barren mal lass mich doch mal kurz hier gucken 40 stahl barren kann genau 40 machen wunderbar dann mache ich die jetzt aber sowas von meine lieben so was von schießpulver über gewehr munition machen aus eisenbachen machen wir mal 246 warte mal kurz da ist ein eisenbaren ein schießpulver eine munition aber nicht die fünfer macht dann spare ich mal ein eisenbaren ein ja cool dann mache ich das mal abita ja so 80 munition geil okay das ist super so solo talent punkt wo war ich denn gewesen ist denn hier gesundheitsbalken von tierungen angezeigt das brauche ich nicht habe ich irgendwas da mehr holz durchfällen das ist da ah hier erhöht ertrag durch jagd das mache ich leder und fell ja zack ja da war ich jetzt beim kampf gewesen ja höherer schaden mit gewehren auf jeden fall technikbaum ich werde nicht alles hier fertig skillen können absolut nicht titanspitzhacke an axt kompositbrustpanzer das ist natürlich der übelste ding 20 prozent kälte und hitze widerstand also den da werde ich denke ich mal auf jeden fall besorgen ne bio spritgenerator ah das wird alles das wird alles noch interessant aber bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht so warte mal das mal da rein das mal da rein dann haben wir hier genau da wird jetzt gerade das zeug hergestellt super dann holen wir mal hier das hier raus wände nägel nägel ok leute ich brauche noch mal nägel machen wir noch mal hier machen wir das nochmal ich habe eine platte zu viel ne genau weil hier ist ja eigentlich gar keine platte aber dann habe ich das schon mal aus holz so 1 2 3 4 wände oder dann zerstöre ich das nochmal das zerstöre ich auch so nägel mit herkommen das mal mit zack zack vier wände es ist auch schon wieder dunkel geworden also es wird schon wieder nacht und jetzt hauen wir mal die 40 totalbaren hier durch ach so den anderen ufer habe ich ja gar nicht mehr benutzt ich mache alles hier drin äh warte mal hier aluminium gold kupfer titan das kann der ja hier gar nicht machen nein nein das war ja hier da bin ich jetzt ein bisschen durch den wind gekommen naja ist egal ist egal das passt schon alles so jetzt überlege ich ähm was mache ich als nächstes erstmal essen erstmal essen so meine vier wände mitnehmen zack 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 so dann ist alles aus stein wieder das ist doch auch schon mal schön das ist alles wieder aus stein ja ich könnte schon mal vorbereiten ähm ja für beton brauchst du halt viel silizium stein dürfte aber eventuell reichen warte mal ich mache wieder zwei drei drei steinböden warte mal müssen wir mal kurz gucken weil da war ja auch noch was anderes hier zum beispiel da hier steinboden falltür steinboden mit platz für eine falltür windwiderstand ich hau das mal rein das alles für innenleben alles zum schönbauen aber weißt du wo soll ich mir die ganzen punkte herholen die ganzen entwicklungspunkte verstärkte falltür brauche ich aber dazu eine leiter da hochzukommen richtig ja habe ich ja hier stärkte leiter moment machen wir noch mal machen wir noch mal 100 hier also theoretisch wären dann ja mit der falltür eigentlich nur zwei böden unten oben nein stopp 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 und die die rampe zum reinkommen na ja rampe zum reinkommen dann brauche ich zwei vier sechs acht posten einmal drum herum also habe ich auch weniger gewicht zum schleppen acht posten wo ist die falltür da ist die verstärkte leiter stärkte tür hier bin ich jetzt blöd dank für steinmetzarbeiten ach das ist jetzt wahrscheinlich jeder steinboden und dann musst du da auf R drücken alles klar ich gebe mal ganz kurz den steinboden das teste ich jetzt erstmal bis ich bevor ich da jetzt genau da alles klar dankeschön so das da das da die rampe dann brauche ich doch zwei von denen und dann brauche ich aber auch vier wände noch mal ein bisschen nägel naja noch mal ein bisschen nägel so vier stück und dann doch noch mal den hammer leder und holz leder holz reparatur hammer herstellen jetzt kommt einmal darunter ja dann brauche ich hier noch die leiter kann ich das noch bauen nein da fehlt mir ein kleines bisschen eisen das kupfer deaktivieren kleines bisschen eisen für die verstärkte tür das noch mal mit rüber ja da fehlen jetzt eisenbarren genau so jetzt holen wir uns mal das stahl aus und brauche noch mal vier epoxid das ist alles baumharz epoxid vier stück das passt nicht super dann habe ich mein repetiergewehr habe ich das schon mal okay dann bräuchte ich da noch mal 26 stahlbarren würde das noch funktionieren nein da hätte ich jetzt zu wenig eisen aber das wäre jetzt eigentlich kein problem so dann hätte ich eigentlich das zeug so weit zusammen die leiter die tür die tür die leiter denn das wieder da rein leder auch wie sieht es denn hier aus mit diesen stacheln dingern holz ganz viel holz nehme ich das mal da raus ein paar kleinige stachelige dinger und seile sechs stück okay dann muss ich noch mal holz holz fällen lasst du ein paar von den alien mitnehmen ein paar von den stacheln und dann sind wir auch schon fast bereit also so gut wie bereit zum nächsten teil zu gehen oh meine fackel meine fackel ist aus so okay alles klar also das gebäude ist vorbereitet dann will ich da noch stacheln drum setzen so stacheln drum setzen nochmal zwölf ja gut dann hätte ich 18 ähm gut fasern könnte ich zur not noch holen aber ich glaube das wird dann auch irgendwann ausreichen weil jetzt habe ich natürlich mein gewehr es einmal rüberschieben ich habe mein repetiergewehr wieder ne ach so halt nein das war der falsche 75 schuss gut schrotflinte hätte ich gerne noch gehabt ne aber 26 stahlbarren es wird jetzt sowohl nix aber aluminium glöcke ein paar kommt denn da jetzt ein sturm zieht auf das macht nichts aluminium erz warte mal ich habe das 7 das ist 6 oh guck mal da ist sogar ein aluminium erz aluminium 5 titan erz für einen titan block auch mal ein platin 5 aber aluminium ist 1 zu 1 das ist geil guck mal hier also die zimoxid machen glas ok ich glaube das war es soweit und ähm ja wir sehen uns beim nächsten mal wenn es denn höchstwahrscheinlich zu der absturzelle stelle psi oder qi geht tschüss